hallo und willkommen zu einem neuen video von der coco wir sind auf dem weg in die karibik und für so eine reise gibt es natürlich immer einiges vorzubereiten neben dem antifouling anstrich ist die kontrolle des ricks die wichtigste aufgabe das und viele andere kleinigkeiten erledigen wir in der werft supruma in lagoche in portugal jetzt wird bei uns oben am mast gearbeitet weil da oben ist ein bolzen nicht richtig befestigt und da fahren die jetzt ran mit dem kran und machen das am 7 november sind wir fertig wir waren vier wochen in der werft haben viele arbeiten gemacht beziehungsweise machen lassen kleinere größere natürlich das unterwasserschiff haben einen neuen spinnacker baum etc und heute legen wir abrichtung porto santo danach madeira jetzt erst einmal 450 seemeilen der wind ist relativ schwach kommt aus norden und schiebte uns normalerweise ganz gut darunter so jetzt legen wir für die nächste zeit das letzte mal ab hier in portimao mit dem hotel hier oben nach 30 oder 40 meilen also direkt am dampfer track mussten wir umdrehen warum haben wir das gemacht der motor kam nicht auf drehzahl ich konnte nicht gas geben und er hat das gas nicht angenommen beziehungsweise er ist einfach mit der drehzahl nicht hoch gekommen wir konnten keine geschwindigkeit laufen wir sind also umgedreht wieder zurück nach lagoche dort hat sich ein motor spezialist die sache angeguckt und hat festgestellt dass nach dem dieselfilter und vor der einspritzpumpe irgendwie luft in die leitung kommt das hat er beseitigt und wir können wieder los es ist jetzt schon 10 uhr nachmittags wir haben immer 25 meilen gemacht wir sind jetzt eingetaucht ins vtg ins verkehrs trennungsgebiet und erstaunlicherweise können wir den weg dann immer so mit 4,4,5 knoten weil vorausgesagt war eigentlich lauter kleines bisschen der wind hier schön wir haben jetzt ostwind neun knoten so raumwind mit neun knoten und dass wir dann 4,5 knoten laufen ist eigentlich erstaunlich aber es ist ganz ruhig an bord für die nacht stellen wir oft einen alarmsektor im radar ein der ist aktiv zwischen 1,5 meilen und 5 meilen oder 6 meilen je nachdem der innere bereich anderthalb meilen wird ausgespart weil dort oftmals wellen sind die das bild stören und man sieht hier links auf dem bild einen frachter mit seinem aes signal das ist das grüne und mit seinem radarsignal die sich überlappen das ist dieser breitere streifen offenbar haben wir nicht an alles gedacht bei unseren vorbereitungen weil die gasflasche die angeschlossen war ist leer wir müssen sie also austauschen gegen eine flasche die wir in ersatz haben und das in fahrt hinten etwas schwierig ranzukommen an das gasfach das nicht so einfach aber irgendwie wird es gehen die muss jetzt hier rein die ist schon drinnen sehr gut zwei tage lang haben wir zwar guten wind wir kommen auch gut voran aber der himmel ist bedeckt die see ist grau das blauwasser feeling kommen nicht so richtig durch das grau bedrückt einen so ein bisschen weil das ist eigentlich eine schöne tour wir haben ja dreieinhalb tage insgesamt die wir vor uns haben oder beziehungsweise die wir insgesamt segeln werden dreieinhalb bis vier tage aber am dritten tag ändert sich das am vormittag des dritten tages also am freitag heißt endlich der himmel auf und die sonne kommt raus bei höchste zeit weil dieses grau und grau geht einem doch ganz schön aufs gemüt wir haben noch 130 meilen zu fahren haben wir jetzt hier ausgebäumt praktisch wing to wing schmetterling nach deutsch wir fahren hier noch wunderbar in die letzte nacht sonne scheint geschwindigkeit ungefähr fünf bis sechs knoten das ist relativ ruhig das ist relativ ruhig was gibt es jetzt hier für unser letzter für unseren letzten abend in Richtung porto santo fast nur cutlet fast nur cutlet salate und brot muss so gut, reicht doch so langsam legt auch der wind etwas zu die wellen werden etwas höher es ist immer ein bisschen schwierig wellen zu filmen aber vielleicht sieht man es ja wie das heck hoch und herunter geht aber alles nicht so schlimm man muss sich nur wieder ein bisschen dran gewöhnen und das da das ding hier das ist quasi die Selbststeueranlage die mit dem wind funktioniert und die geht über die umlenkrollen direkt hier aufs aufs guter und steuert unser schiff nach dem wind funktioniert sehr gut land in sicht da vorne sieht man es ganz klar die konturen wahrscheinlich schlecht zu filmen die hohen berge sieht toll aus wir haben noch 23 meilen haben wir noch das ist jetzt die Ilia de Sima kurz bevor wir jetzt noch rechts abziehen uns wird es deutlich ruhiger hier, die Welle da kommt vielleicht noch ein bisschen was zwischen den Inseln durch aber eigentlich sind sie wahrscheinlich nicht vorne ist der Hafen noch anderthalb Meilen und dann sind wir da ich fahre meinen Spinnakerbaum übrigens immer so dass er in drei Richtungen gesichert ist einmal nach oben durch den Topland dann nach vorne nach unten beziehungsweise nach hinten auch nach unten damit steht der Spinnakerbaum total fest in seiner Position und die Schot geht durch den Beschlag durch den Endbeschlag vom Spinnakerbaum das hat den Vorteil dass man Reffen kann ohne dass sich der Baum bewegt und auch dass man durch den Wind gehen kann wie jetzt hier wir haben jetzt hier eine Wende gemacht oder eine Halse gemacht man kann das Vorsegel auf die andere Seite nehmen und der Baum bleibt so stehen wie er ist falls man wieder zurück auf den anderen Bug geht also das ist anders als es manche andere machen aber das ist meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach das was am besten passt zum Segeln mit dem Spinnakerbaum hier in Porto Santo geht man üblicherweise vor Anker oder man nimmt sich eine der Bojen die ausgelegt sind eher seltener hat man Platz an einem kleinen Steg an dem im wesentlichen lokale Boote liegen man muss natürlich darauf achten dass man genug Platz für die Fähre lässt damit sie hier manövrieren kann inzwischen darf man auch außerhalb des Hafens ankern vor dem Strand früher war das nicht erlaubt als ich das erste Mal 1993 hier war hier treffen wir auch einige Boote die wir immer wieder sehen auf unserer späteren Reise in der Karibik direkt am Hafen fängt der lange Sandstrand an da entlang geht eine Straße und man kommt nach Villa Baleda 20 Minuten Fußmarsch ungefähr geht also recht schnell man kommt da gut hin die Villa Baleda ist schön, sauber, ruhig aber eigentlich nichts wirklich weltbewegendes das ist eine ruhige portugiesische Kleinstadt in Villa Baleda befindet sich auch das Columbus Haus da gibt es eine Ausstellung wir konnten leider nicht rein weil es noch geschlossen war aber es sieht sehr hübsch aus von außen und sehr gepflegt wenn man Porto Santo anläuft sieht man sofort dass die Berge total kahl sind ursprünglich war die Insel mal sehr bewaldet aber die Wälder wurden abgeholzt da man das Holz benötigte für den Schiffbau Antonio Baudesusa hat sich in seinem Lebenswerk damit beschäftigt hoffentlich diese Wälder wieder aufzuforsten und hat es wirklich geschafft das was man vielen Stellen später auch nicht geschafft wurde einen Teil der Wälder langsam wieder aufzuforsten indem er jede Pflanze einzeln eingesetzt hat dann mit einem kleinen Mäuerchen umgeben das hat diesen Wald langsam wieder wachsen lassen also irgendwann wird hoffentlich diese Insel auch wieder grün werden hier sind wir jetzt oberhalb des Hafens man kann runterschauen auf den Hafen und auch in die weitläufige Bucht man sieht den langen Sandstrand bis zum Horizont hinten sieht wunderschön aus nach ein paar Tagen fahren wir weiter von Porto Santo zur Hauptinsel des Archipels nach Madeira wir fahren allerdings nicht in den Haupthafen beziehungsweise in die Hauptstadt Funchal sondern in einen neu errichteten Hafen Quinto de Lourde Funchal ist schon immer überfüllt gewesen bei meiner ersten Reise 1993 dort habe ich schon haben wir schon zu acht im Päckchen gelegen also Funchal ist einfach sehr sehr voll aber in Quinto de Lourde kann man meistens würde ich sagen oder vermutlich immer einen Platz bekommen der Hafen ist auch sehr geschützt wir fahren vor dem Wind mit achterlichem Wind haben nur die Genua oben aber wir hätten sie eigentlich doch ausbauen sollen weil die schlägt ganz schön hin und her Quinto de Lourde ist Teil eines Ferienresorts man liegt hier direkt neben einem kahlen Berg zunächst einmal der sieht sehr beeindruckend aus weil die Felsen sind sehr sehr hoch und nicht begrünt oder beziehungsweise entsprechend abgeholzt worden früher wahrscheinlich der Hafen liegt aber sehr geschützt und es gibt auch vermutlich immer genug Platz das Ressort selber finde ich persönlich schön gemacht sehr anspruchsvoll gemacht die Häuser sind alle unterschiedlich es gibt ein kleines Restaurant es gibt den Leuchtturm es gibt auch ein paar Läden aber leider ist das ist der Investor offensichtlich Konkurs in Konkurs gegangen und das steht zum Verkauf oder zum Zeitpunkt wo der Film entstanden ist zum Verkauf ich weiß nicht ob es inzwischen schon verkauft worden ist und wiederbelebt worden ist also von daher sind die Häuser alle leer aber es sieht finde ich sehr hübsch aus dahinten gibt es noch einen Salzwasser Pool gleich dahinter kann man eine schöne Wanderung machen zum Kap das haben wir dann auch gemacht an diesem Ankerplatz ganz in der Nähe des Hafens der ist sehr schön sehr etwas rollig wird berichtet aber vor allen Dingen muss man aufpassen da sind offensichtlich zwei Objekte die dort versenkt wurden Wachs oder Vans oder irgendwas wo zum Teil Leute Probleme hatten weil die Anker dahin geblieben ist also da sollte man wenn man da ankern will mal nach Nafili sich aufrufen und nachlesen und deswegen habe ich das hier auch aufgenommen weil das Innerseekarte offensichtlich nicht drin steht diese Wanderung die man machen kann vom Hafen aus ist sehr schön sehr beeindruckend sind die Felsformationen allerdings wenn man grün mag wird man das hier schon vermissen aber die Farbgebung der Felsen ist wirklich beeindruckend und die Felsen selbst auch das ist wirklich sehr sehr schön im nächsten Video geht es dann weiter von Madeira aus zu den Kanarischen Inseln und die Vorbereitung für die Atlantiküberquerung in Las Palmas also bleibt dran ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und über Kommentare und ein Like freue ich mich natürlich also bis zum nächsten Mal